Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Master and City hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind wieder bei unserem Ferienparadies angekommen. Jetzt haben wir hier noch einen Fussballplatz, der irgendwie gerne batet. Wo war der denn? Gleich nochmal hier hinten, da wo das Wasser ist. So, gefunden. Ja, genau, das geht so irgendwie nicht. Ist zwar irgendwie ein schönes Bild, weil Wasser ist gesund, Wasser ist was Schönes. Aber eben, wenn die hier Fussball spielen wollen, abgesehen davon, das Wasser kommt hier bis zur Strasse. Man fährt auch nicht gerne unterirdisch, nee, ist nicht unterirdisch, ist unterwasserisch. Man fährt auch nicht gerne unterwasserisch mit dem Auto. Wie machen wir das denn am besten? Wir müssen, ja am besten, wir nehmen den Fussballplatz nochmal weg. Und dann müssen wir das Gelände ein bisschen einebenen. Also der kommt mal weg, wir machen mal kurz Pause. So, und jetzt gucken. Ein Damm, das wäre natürlich auch eine Idee. Mal schauen, ob das noch geht. Da haben wir eine Brücke, das ist ein bisschen... Das Doofe. Äh, wie mache ich das am besten? Von hier runter. Das würde sogar bis hierhin funktionieren. Äh, ich drehe hier Wien. Was mache ich denn? Also, bis hierhin würde es funktionieren. Ja, viel weiter nicht. Ich glaube, wir kriegen, wenn wir hier den Damm hin machen, kriegen wir den Fussballplatz nicht mehr hier hin. Aber ich würde sagen, wir machen den mal. Also, der ist dann mal da. Dann würde ich den gerne weiterführen. Geht aber nicht. Geht auch hier lang nicht. Geht in keine der Richtungen. Okay, dann machen wir das anders. Hier gibt es... Ja, wir könnten natürlich auch das Gelände ein bisschen anheben. Aber dann macht jemand in die Brücke keinen Sinn mehr. Wenn hier ein Hügel ist, wir machen das ganz anders. Also, hier gibt es Wohnungen, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Gewerbe und Co. Hier können wir eigentlich noch ein paar dünn besiedelte Wohnungen hin machen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gucken. Habt ihr Wässerchen? Ihr habt? Okay. Habt ihr Wässerchen? Ja, da im Fluss haben sie genug. Okay. Ähm, den Fussballplatz, den werden wir halt anderweitig setzen. Wobei man sieht schon, das Wasser kommt immer noch. Also, ob man dann hier gerne wohnt, ist zwar wirklich genau noch direkt neben dem Freibad. Aber es kann eben auch sein, dass das jetzt hier durch diesen Damm oder diesen Kai hier ein bisschen ungelenkt wird. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Wir müssen es im Auge behalten. Aber jetzt haben wir den Fussballplatz gekappt. Den stellen wir jetzt wieder hin. Und jetzt, Halleluja, wo war der gleich nochmal? Ähm, ähm, nee. Warum sollte er bei den Bäumen sein? Gute Frage. Wo war denn der Fussballplatz? Ja, fast. Moment, was ist das? Nee, das ist kein Fussballplatz. War der bei den Rico-Kollegen? Was haben wir denn hier noch Schönes? Wow, was ist das denn? Tour Odeon. Ach, haben wir schon. Glaube ich. Nicht hier, aber im anderen Bereich. Äh, ja. Wenn man nicht weiss, wo die sind, hier haben wir Wasser. Das bringt uns in dem Sinne nicht viel. Wenn wir einen Fussballplatz suchen. Mann. Ich glaube, der war hier. Naja, das ist das Stadion. Das ist es nicht. Krankenhausplatz. Was wollen wir nicht noch alles haben? Nur den Fussballplatz finde ich jetzt nicht. Wir könnten uns natürlich auch darauf einigen, dass wir den Fussballplatz wieder hinstellen, wenn wir ihn gefunden haben. Oder war der hier? Moment. Da ist er doch. Footballfield. Okay, dann machen wir dich ein bisschen mehr ins Laden des Innere. Dann könnt ihr hier in Ruhe Fussball spielen, ohne dass das Wasser kommt. Oder wir machen nicht sogar hier hinten hin. Müssen wir aber aufpassen auf den Strom. Ja, hier beim Flughafen. Das ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich meine, brauchen die unbedingt einen Fussballplatz? Nein. Aber ist halt cool, wenn sie einen haben. Deswegen machen wir dich hier oben hin. So, dann hätten wir das gelöst. Jetzt gab es noch den Vorschlag, wegen der fehlenden Industrie. Wir importieren ja zu viel. Deswegen haben wir keine Nachfrage nach Industrie mehr. Dass wir da die Steuern auf Null stellen, das ist an und für sich keine schlechte Idee. Nur, was man da natürlich nicht vergessen sollte, ist, dass wir schon Industrie haben. Und diese Industrie, die bezahlt dann keine Steuern mehr. Das heisst, das würden wir merken finanziell. Das kann es irgendwie nicht sein. Aber wir können natürlich mal gucken, ob wir Leute ködern können, wenn wir halt ein bisschen runtergehen mit den Steuern. Wenn ich es dann noch finde, wo war das denn gleich nochmal? Nein. Jawohl. Darlehen. Nein. Budget. Nein. Steuern. War schon richtig. Also Industrie. Gehen wir mal runter auf 8. Und gucken mal, was passiert. Bei den Büros das Gleiche. So, das wird jetzt sicher einen Einfluss haben auf unsere Finanzen. Aber wir haben 2,5 Millionen. Da müssen wir jetzt im Moment, glaube ich, noch nicht wirklich gross drauf achten. So, die wollen echt Wasser. Ihr hattet vorher Wasser. Das hat euch ja nicht gepasst. Da muss man ja nochmal umbauen. So, jetzt sieht man hier, die bauen hier auch nicht. Ich glaube, das sind alles Angsthasen. Eingezeichnet habe ich es. Ja. Alles Angsthasen haben Angst vorm Wasser. Nachfrage hätten wir ja. Also von daher würde ich sagen, wir machen hier mal noch ein bisschen. So, hier mal noch ein Strich durch. Hier ein bisschen ums Bad rum. So, dann reicht das schon. Wahrscheinlich nicht. Wir können hier eigentlich nochmal ein bisschen was machen. So, okay. Diesen einen Knubbel hätte ich gerne wieder weg. Und dann ist alles weg. Machen wir den eben auch noch. Jetzt haben wir da einen Knubbel. Ich muss das anders lösen. Moment. Nehmen wir dich auch noch mit dazu. Und dann passt das. Da könnt ihr schön bauen. Dann geht hier die Nachfrage auch wieder runter. Und hier oben werden wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wenn man hier guckt. Ah, was macht das Häuschen hier? Da haben wir immer noch diese alten. Also, was heisst die alten? Diese Snowfall DLC Häuschen. Ihr sollt hier modern bauen. Macht ihr das auch? Oh ja, guck mal. Die hier. Ja, das ist modern. Was das Teil hier macht. Ich glaube, das ist noch nicht aufgefallen. Das haben sie noch nicht abgerissen. Hoffe ich mal. Sonst, ja, lassen wir das als Museum stehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben sowieso noch ein Museum. Aber, ja. Das finde ich wieder nicht. Jetzt gab es noch den Vorschlag. Diese Feinding Mod zu installieren. Die hatten wir in der ersten Staffel. Und damit habe ich überhaupt nichts gefunden. Das habe ich mal ausprobiert. Aber, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Zumindest nicht bei mir. Äh, The Westin. Was ist das denn? Das ist das eine Hotel, das wir hier hinten haben. Äh, nicht das, sondern das hier. Genau. Ja, das lassen wir. Aber, jetzt, wo wir gerade beim Bahnhof sind. Da kam noch die Frage, warum baust du Bahnhöfe mit 20 Gleisen, wenn du nur zwei brauchst. Das kann ich in zweierlei Hinsicht beantworten. Das eine ist, ich habe gerne grosse Bahnhöfe. Und die Gegend hier, die verlangt irgendwie einfach auch ein bisschen nach einem Bahnhof. Zumal da ja gerade noch ein Flughafen nebenan ist. Ähm, und zweitens. Ich, wie soll ich sagen. Ich möchte mit dem Ding hier eigentlich noch gross hinaus. Ich weiss nur noch nicht genau wohin. Wahrscheinlich irgendwo nach da oben. Aber es stimmt schon. Das ist irgendwie, es sieht ein bisschen leer aus. Das Ganze. Gebe ich zu. Ich würde sagen, wir machen das mal folgendermassen. Dass wir hier mal ein Gleis nehmen. Und dann machen wir hier so eine Art Gleisvorfeld. Irgendwie so in der Richtung, dass wir dann zusammenhängen. Ah, hier geht natürlich nicht, dass wir parallel gehen. Schade, dass das nicht funktioniert. Das ist bei Tränenfieber und Transportfieber schon besser gelöst. Das muss man dann fairerweise auch mal noch sagen. Machen wir dich mal da hin. Und dann gucken wir, ob wir das irgendwie mit Weichen verbinden können. Immerhin geht das hier, dass das relativ parallel wirkt. Relativ, sage ich. So, da noch hin. Und jetzt irgendwie gucken, wie kommen wir... Ja, dann gibt es diese komischen Bögen. Äh, dabei habe ich hier sowieso auf Gerade gestellt. Ich möchte hier eigentlich rein ohne Bogen. Hm, geht nicht. Muss aber. Ich mache es mal noch hier hin. Und jetzt, hm, immer noch Bogen. Hier kommen wir dann zurück auf die Erde. Das ist eigentlich nicht, was ich möchte. Und hier gibt es wieder so ein Riesenteil. Dass man da nicht irgendwie flacher reinkommt, das ist irgendwie komisch. Hm. Sagen wir das mal so, Manni, das sieht völlig panne aus. Was können wir denn mit dir machen? Hm. Wir können hier hin. Und das bringt dann was? Gar nichts. Von daher können wir das auch so lassen. Beziehungsweise bleiben lassen. Ja, ich mache es mal. Mal gucken, wie es dann aussieht. Wir müssen hier natürlich mit den ganzen Gleisen irgendwo hin. Okay, jetzt könnten wir mit dir da rein. Denkste, da rein kommen wir auch nicht. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen krumm. Und dann, das geht nicht. Das wäre genau, was ich wollte. Dass wir eben ein bisschen flacher reinkommen. Und jetzt sind wir auf dem Boden. Also nicht mehr auf der Höhe der Brücke. Das heisst, das funktioniert sowieso nicht. Aber dann ziehen wir dich mal nach da. Und dann ist da jetzt mal fürs Erste, würde ich vorschlagen, fertig. Hm. Ein Flugzeug. So, hier nochmal wegnehmen, damit wir hier bauen können. Jetzt kann man natürlich sagen, was bringt das? Das bringt ja noch weniger als, ähm, was wir vorher hatten. Ja, es sieht halt ein bisschen mehr nach Bahnhof aus. Das wäre die Hoffnung zumindest. So, hier noch. Und dann da rein. Geht immer noch nicht. Okay, müssen wir tatsächlich nochmal kurz kappen. Äh, nicht mehr kappen, sondern bauen. Dann versuchen wir es mal mit Kollege Kurve. Ja, und dann geht's. Das geht auch so. Oder geht so. Ich mach's mal so. Sieht ein bisschen besser aus. Gut, jetzt haben wir hier ein richtiges Gleisvorfeld. Oder zumindest sowas ähnliches. Von krumm nach schief. Das sieht man hier relativ deutlich. Jetzt brauche ich natürlich noch die Züge. Und da würde ich schon sagen, machen wir auch noch was. Das Problem ist einfach, hier haben wir keine Fähigzüge. Das können wir nicht wie bei Transportfieber lösen, indem wir eine Linie machen. Und den Zug dann hinstellen. Da müssen wir tatsächlich Züge fahren lassen. Aber ich würde mal sagen, es würde vielleicht schon reichen, wenn wir hier in diesem Bereich noch Züge hätten. Und wie machen wir das am besten? Vielleicht hier rauf und hier oben noch einen kleinen Bahnhof. Dann können die Leute direkt mit dem Zug dahin. Dann müssen sie nicht mehr alles via Bus machen. Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir gucken, kommen wir hier überhaupt voran. Wenn wir hier ein Gleis nehmen. Das müsste eigentlich schon klappen. Da kommen wir ja sicher rüber. Und dann, wie kommen wir denn da lang? Mit lauter Bahnübergängen. Schön, die Dampflok. Ich versuche es mal, wie weit wir kommen. Das klappt. Dann hier rüber. Müsste eigentlich auch funktionieren. Klappt. Okay. Dann hier weiter. Und dann wollen wir eigentlich wieder eine Kurve machen. Wir wollen ja nicht hier rein. Wir wollen hier oben rein. Jetzt sind wir im Prinzip... Die Kurve hätten wir uns eigentlich schenken können. Sollen wir das nochmal kappen? Wir kappen das nochmal. Dafür haben wir den Bagger. Dann nutzen wir den auch. So. Jetzt machen wir das anders. Indem wir versuchen, hier lang zu gehen. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Moment, da wackelt eine Stelle. Da klappt. Dann hier gerade raus. Wunderbar. Hier hoch. Jetzt müssen wir hier gucken. Ganz einfach hier mit einer Brücke rüber. Schöne Eisenbahnbrücke. Und wenn wir ein bisschen Glück haben... Haben wir aber nicht. Wollte ich gerade sagen. Dann kommen wir hier unten durch. Kommen wir aber nicht. Hier kämen wir wahrscheinlich unten durch. Würde ich mal behaupten. Ja, das würde gehen. Sollen wir es nochmal kappen? Wir kappen es nochmal. Aber es gibt da nicht so eine schöne Brücke. Dafür haben wir hier schon wieder eine Überschwemmungsanzeige. Können wir es so machen. Vielleicht sogar über die Kaimauer rüber. Geht leider nicht. Da sind wir zu hoch. Ne, sind wir nicht. Wir kommen hier nach unten durch. Okay, machen wir. Dann würden wir gerne hier hoch. Das funktioniert dann wieder nicht. Da müssen wir ein bisschen mehr Schwung holen. So, jetzt geht es. Und jetzt wissen wir noch nicht, wo der Bahnhof hinkommt. Da warten wir noch ein Momentchen. Können wir das abwählen. Das müsste soweit passen. Ich weiss ja nicht, ob Züge fahren, wenn hier eine Überschwemmung ist. Was machen wir denn mit dem Wasser? Da haben sie doch schon gebaut. Da haben wir auch kein Überschwemmungszeichen. Hier unten. Sollen wir hier nochmal so eine K-Mauer hinstellen? Ich würde sagen, ja. Testen wir mal nochmal. Das war hier. Dann mit dem Teil. Das würde sogar gehen. Bis hier zur Brücke. Machen wir mal. Und hier oben. Vielleicht auch noch. Das geht dann nicht wegen dem Gleis. Aha. Also hier runter kommen wir. Ne, kommen wir nicht. Ach. Da ist halt Wasser. Weil es schon eine Überschwemmung gegeben hat, können wir da im Moment nicht bauen. Weil wir nicht auf Wasser bauen können. Das ist eigentlich soweit klar. Ob das viel bringt, ich weiss es nicht. Sonst müssen wir hier tatsächlich irgendwie die Erde noch ein bisschen aufschütten. Wenn dieser Bach oder dieser Fluss, das ist eigentlich kein Bach, dieser Fluss hier so lebensfroh ist, dass er hier tatsächlich die ganze Zeit über das Ufer treten will. Dann müssen wir hier was machen. Da sieht man immer mal wieder, dass wir Überschwemmung haben. Gut. Aber jetzt machen wir erstmal den Zug. Und dann schauen wir, ob wir da ohne Wasser hinkommen oder nicht. Also Bahnhof. Da nehme ich jetzt tatsächlich nicht irgendeinen Riesenteil. Sondern gerne irgendwas in der Richtung. Dann machen wir den mal hier oben hin oder hier hin. Ne, da kommen wir mit dem Gleis dann nicht hin. Hat der noch einen U-Bahn-Anschluss? Sehe ich das richtig? Äh, Old Spring Station. Entrance Central Station. Metro Plattform. Die U-Bahn. Aber die U-Bahn fehlt hier hinten eh auch noch. Also von daher kann man den natürlich relativ gut verwenden, würde ich mal behaupten. Zack. Machen wir mal hier hin. So. Dann bräuchten wir hier wieder ein Gleis. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nicht reinkommen. Hm. Wenn wir hier lang gehen. Und dann machen wir da eine schöne Kurve. So. Hier rüber. Da ist genau die Fabrik im Weg. Beziehungsweise. Moment. Müssen wir... Ne, müssen wir eigentlich gar nicht abreissen. Das kann man anders lösen. Nein. Aber nicht indem man da was raufbaut. Sondern indem man es schnappt. Und verschiebt. Denn das ist ja keine Fabrik. Sondern. Ja. Irgendwie. Was ist das Schönes? Die Power Station. Genau. Nicht genügend Treibstoff. Aha. Da müsste... Müssten wir ja die Industrie haben. Da haben wir wieder das Problem. Jetzt haben die nicht genügend Treibstoff. Obwohl wir... Ja. Na mal gucken. Ob das noch wird. Halt. Das möchte ich mit Kurve. Irgendwie so in der Richtung. So. Und dann hier rein. Und wunderbar. Gut. Und das machen wir mit dem Gleis. Mit dem gehen wir irgendwie nach da hinten. Hier unten. Ah. Guck mal an. Hier haben wir ja auch noch einen Bahnhof. Gut. Das ist relativ gebongt. Dass wir dann da noch lang gehen. Jetzt bräuchten wir hier tatsächlich noch mal kurz das Wasser. So. Waren wir mal hier runter und hier rein. Dann machen wir hier noch schnell zu. Damit dieser Bereich auch Wasser hat. Bestens. Ähm. Jetzt bräuchten wir die Linie. Die machen wir schnell. Ich bin wirklich gespannt, ob die Züge fahren. Also das ist dann von hier. Hier runter. Und irgendwie hier rein. Jetzt müssen wir nochmal gucken, mit welchem Gleis. Ähm. Zum Beispiel mit dem hier. Das müsste gehen. Pfad nicht auffindbar. Hier geht's. Zack. Okay. Und wieder zurück. Wieder nach hier oben. Linie abschliessen. Wunderbar. Dann haben wir das. Und jetzt mal gucken, ob hier die Züge. Doch. Da steht sogar schon einer drin. Oder nicht? Doch. Hä? Wird aber irgendwie. Ganz kurz war er da. Wo ist er denn jetzt hingekommen? Irgendjemand klaut hier die Züge. Was ist das denn? Ah. Jetzt war er wieder da. Je nachdem, von wo ich gucke. Auch interessant. Es werden nicht nur die Bäume ausgeblendet. Jetzt werden auch noch die Züge ausgeblendet. Sag mal. Da ist er wieder. Wenn ich näher hingehe. Ne. Jetzt bleibt er da. Wisst ihr was? Wir steigen mal ein. Ich möchte mal gucken. Ähm. Wie das aussieht, wenn wir hier das Wasser durchdüsen. Ob das Wasser tatsächlich auf den Schienen ist. Oder ob es zurückgewichen ist. So. Hier runter. Eh cool. Zugfahren macht einfach Spass. So. Hier müsste das sein. Ja. Aber da geht das Wasser. Oh. 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 Wir halten. Aha. Moment. Wir gehen mal raus. Wir halten. Weil hier Wasser ist. Okay. Alles klar. Dann müssen wir hier ein bisschen mehr in die Höhe. Dass wir die Brücke höher machen. Weil. Auf die Schnelle kriegen wir hier nichts hin. Oder wir machen es ganz anders. Ich glaube das mal. Da hat der Zug keine grosse Freude. Aber okay. Wir müssen bauen. Das heisst wir müssen hier kappen. Ähm. Jetzt versuche ich das mal nochmal mit einem Damm. Äh. Wo waren die Dämme? Jedes Mal die gleiche Frage. Das ist wenn man zu viele Spiele durcheinander spielt. Immer ein bisschen tricky. So. Mal hier hoch. Ich weiss das ist kein Hochwasserschutz. Aber der bringt natürlich auch ein bisschen was. Und der sieht einfach besser aus. Als diese riesigen Teile. Die man da sonst hat. So. Hier lang. Und dann hier gerne in die Richtung ein bisschen. Und hier noch. Wenn es irgendwie möglich ist. Ah. Das geht sogar. Dass wir das verbinden. Okay. Ob das viel bringt. Ich weiss es nicht. Aber was jetzt natürlich hier dann. Tatsächlich was bringt. Ähm. Wenn wir mit der Schiene. die Höhe ein bisschen verändern. Sprich hier eine Brücke machen. Die ein bisschen höher ist. Also mal hier nach vorne. Ähm. Und dann. Wo haben wir denn hier Page Up? Bei dieser Tastatur. Ne. Das ist die falsche Richtung. Hier. Immer noch die neue Tastatur. Mit der ich noch nicht ganz. Im Reinen bin. Sie ist zwar leise. Aber alles ist woanders. Das heisst. An alles was ich mich jetzt gewöhnt habe. In der letzten Zeit. Ist hier definitiv anders. Und jetzt kommen wir da wahrscheinlich nicht rein. Sehe ich das richtig? Weil es zu weit unten ist. Ort ist bereits belegt. Kein Bau auf Wasser möglich. Was wir hier für Probleme haben. Auch nicht schlecht. Wir machen das mal anders. Das kommt nochmal weg. Mal gucken. Ob wir vielleicht von hier hinten reinkommen. Äh. Da müsste ich aber. Definitiv nochmal kurz runter. Nicht so weit runter. Sondern so. Moment. Jetzt geht es. Ah. Mal gucken. Ob das reicht. Nein. Da ist. Ja. Da kommen wir halt auf Höhe der Brücke. Das ist das Problem. Das würde gehen. Wir müssen hier mit der Brücke tatsächlich wieder weiter runter. Das können wir aber auch. Denn hier vorne haben wir eigentlich das Problem mit dem Wasser ja nicht. Wir haben es hier hinten. Also. Wenn wir das jetzt so hier hin bauen. Und dann Page Down wählen. Dann müsste es doch eigentlich funktionieren. So. Hier unten durch. Und schon klappt es. Sehr gut. Können wir raus. Dann lassen wir mal laufen. Mal gucken. Was dieser verzweifelte Zug hier anstellt. Er löst sich in Luft auf. Das war das Beste was er tun kann. So. Sie fahren. Wasserproblem gelöst hier. Sieht dafür ein bisschen. Ja. Komisch aus. Weil hier geht es ja gleich runter. Und vor allem. Hier haben wir auch noch was. Aber das wird weg gehen. Da wir jetzt hier diese Mauer haben. Die Häuser hier. Die haben auch Ruhe. Gucken wir an. Da könnte man eigentlich glatt das Ganze wieder abreissen. Fussballplatz wieder hinstellen. Das tun wir denen jetzt aber hier nicht an. Das muss nicht sein. Hier unten ist eigentlich soweit okay. Da müssen wir nichts mehr gucken. So. Sieht dann auch gleich ein bisschen anders aus. Ah. Hier dieser Knubbel hier. Der ist halt schon wirklich nicht schön. Aber es geht nicht anders. Also es ginge schon anders. Wir könnten noch höher. Und dann mit der Eisenbahn hier. Über die Autobahn rüber. Ich weiss noch nicht ob das tatsächlich cool aussieht. Irgendwie. Gefällt mir das fast besser wenn wir hier unten durch gehen. Aber das hier. Also von hier bis hier. Naja. Sollen wir nochmal. Wisst ihr was. Also wenn ich schon sage es sieht nicht gut aus. Warum sollen wir es dann lassen. Wir nehmen das weg. So. Und versuchen mal das Ganze mit einer Brücke zu lösen. Mal gucken wie das aussieht. Sonst unten durch können wir jederzeit wieder. Das ist ja dann kein Ding. Äh. Page up. Wo bist du? Hier. So. Hier rüber. Das würde klappen. Okay. Jetzt ist die Frage. Hier rein. Würde das auch klappen? Äh. Wir müssen. Das so machen. Und da müssen wir wahrscheinlich die Brücke hier unten auch nochmal kappen. Also machen wir mal. Weil sonst haben wir hier wieder diesen komischen Schwung. Okay. Nehmen wir das Ding auch nochmal weg. Wichtig ist ja einfach dass wir eine gewisse Höhe haben. Damit wir eben über das Wasser kommen. Und das würde eigentlich schon funktionieren. Zack. Jetzt aber halt hier nochmal kappen. Damit wir den Weg haben um die Höhe zu gewinnen. So. Und schon funktioniert es. Jetzt können wir uns das nochmal ansehen. Wir lassen mal laufen. Und dann sehen wir hier. Das ist nicht mehr. Ja. Es ist halt einfach irgendwie. Aber warum schwingt es denn? Muss das so geschwungen sein? Ich glaube die Höhe wird halt so überbrückt. Da können wir nicht viel machen. Sonst müssten wir viel weiter gehen. Also weiter nachher hinten gehen. Das könnten wir aber sogar. Ich möchte es irgendwie nicht so geschwungen haben. Jetzt werde ich noch zum Perfektionist. Auf meine alten Tage hin. Hier zieht die Skylines technisch. Aber. Ja. Nee. Perfektionist ist das ja noch nicht. Würde ich mal behaupten. Ähm. Schiene. Da ist der Zug. Dann haben wir hier die Schiene. Äh. Dann gehen wir hier mal weiter. Ganz normal. Zack. Und jetzt werden wir hier. Höhe generieren. Ähm. Nicht Delete. Sondern Page Up. Hier ist wirklich alles genau anders. Wie bei der alten Tastatur. So. Wenn wir das jetzt so machen. Dann haben wir es ein bisschen. Ist das besser? Ich weiss es nicht. Ähm. Ich müsste halt. Ja. Okay. Wobei. Ja. Das kann halt sein. Dass es hier runter geht. Man müsste es halt bis da hin ziehen. Und das hat es jetzt irgendwie komischerweise nicht gemacht. Automatisch. Ich mache es nochmal weg. So. Wir haben ja das Geld. Also das ist kein Problem. Ich müsste es halt wahrscheinlich nicht direkt bauen. Wobei. Ich dachte eben. Das würde funktionieren. Ähm. Wenn wir hier einfach mal ein bisschen rauf gehen. Er fängt dann halt erst da vorne an. Wenn man das mal so. Dann ist das hier gerade. Und dann kommen wir. Uh. Da kommen wir sogar mit einer schönen Brücke hier rein. Das kauf ich jetzt mal einfach. Weil wir eine schöne haben. Jawohl. Und jetzt ist es. Okay. Jetzt ist es gerade. Jetzt ist auch der Heisi zufrieden. Wir lassen laufen. Ja. Sehr nett. Genau. So wollte ich das. Da kommt ein Zug. Der freut sich. Hat kein Wasser unter der Schiene. Beziehungsweise unter den Rädern. Funktioniert bestens. Gut. Ähm. Haben wir wieder Nachfrage? Nein. Wir waren länger im Pausenmodus. Da haben wir keine Nachfrage mehr bekommen. Aber schön wie sie fahren und machen und tun. Jetzt passt das so weit. Und die Häuser hier hinten. Die für den Fussballplatz gekommen sind. Die sind so weit auch zufrieden. Sieht man. Ist eigentlich alles auch okay. Jetzt haben wir hier einen schönen Fluss. Der hier durch fliesst. Ja. Ist doch eine nette Gegend. Würde ich sagen. Und unser Bahnhof hier hinten. Der hat auch ein paar Gleise zusätzlich. Und hier düsen sogar schon die Züge rum. Ja. Sieht besser aus wie vorher. Wenn hier nur ein Zug durchfährt. Ist schlecht. Jetzt haben wir immerhin zwei. Und wir können ja mal gucken. Irgendwo. Noch irgendwo. Einen Bahnhof finden. Der gerne von hier aus versorgt werden würde. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat ein bisschen Spass gemacht. Und dann hoffe ich natürlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020